Ich weiß ganz genau, was jetzt in euren Köpfen vorgeht. Die, die ihr getrennt seid und Ex zurückhaben wollt. Bald ist Weihnachten und bald ist Silvester, Neujahr. Vielleicht sind unglücklicherweise zwischendrin noch ein paar Namenstage reingestreut oder Geburtstage und internationale Tage der Mikrowelle und sonstige Gründe, wo ihr euch einbildet. Ihr müsstet euch bei demjenigen Menschen melden, der sich von euch getrennt hat. Ihr wisst natürlich, was ich euch empfehle, nämlich euch nicht zu melden. Ich möchte jetzt auch noch ein bisschen mal wieder in die Tiefe gehen. Nachdem ich letztes Jahr schon Beiträge zu dem Thema gemacht habe, habe ich mir diese Beiträge nicht nochmal angehört, weil ich mir meinen alten Scheiß in aller Regel nicht anhöre. Ich habe keinen Bock drauf, ich habe keine Zeit dafür. Deswegen ist es möglich, dass ich jetzt etwas sage, was anders ist oder was vielleicht abweicht. Da kann man mich darauf aufmerksam machen, ist mir dann aber auch egal, weil ich mich verändere und weil ich ja auch dieses Jahr nochmal einen Stapel neue Erfahrungen dazu bekommen habe mit Coachings im dreistelligen Bereich, mit diversen Leuten, die auf mich zugegangen sind. Insofern ist es möglich, dass sich manche Sachen, die ich jetzt sage, abweichen. Vielleicht weichen sie auch nicht ab. Ich habe einfach keine Ahnung, weil ich, wie gesagt, mein altes Zeug nicht anhöre. Ihr habt jetzt den Vorteil, zumindest bei mir dann, für diese ganzen Feiertage aus einem Fundus von diversen Videos zu fischen. Schön tief in den Topf hereinzugreifen mit den diversen Geschichten. Soll ich zum Geburtstag gratulieren? Und was ist an Weihnachten und an den Feiertagen? Und, und, und. Ich sage euch natürlich, nein. Von euch aus nehmt ihr keinen Kontakt auf an Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag oder am zweiten Weihnachtsfeiertag. Nicht am Geburtstag, nicht an Silvester, nicht an Neujahr, nicht an was auch immer. Einschränkungen könnten sein, ich wiederhole sie ja nochmal, weil die Fragen kommen häufig und die drei rauben mir den Verstand. Wenn ihr einen aktiven, und da müsst ihr wirklich, da müsst ihr einfach mal selbst nachdenken. Ja, habt ihr einen aktiven, sozialen Prozess mit eurer Ex, mit eurem Ex, der euch jetzt noch aneinander bindet? Zum Beispiel habt ihr gemeinsame Kinder, gemeinsame Haustiere, habt ihr ein gemeinsames Unternehmen, arbeitet ihr zusammen, seid ihr im selben, was weiß ich, Verein, solche Geschichten? Wo es für euch schwierig ist, wenn ihr nicht gratulieren würdet, würdet es eventuell ein schlechtes Signal aussenden, weil ihr habt ja noch Verpflichtungen außerhalb der Beziehung, die nun mal beendet wurde. Ja, eure Beziehung wurde beendet, aber ihr habt jetzt noch einen gemeinsamen Hund. Eure Beziehung wurde beendet, aber ihr habt jetzt noch gemeinsame Kinder. Und sich da nicht zum Geburtstag zu gratulieren, wäre extrem bescheuert. Deswegen solltet ihr das tun. Wenn eure Ex Geburtstag habt und ihr habt gemeinsame Kinder, dann gratuliert ihr zum Geburtstag, weil sie ist die Mutter eurer Kinder und ihr habt auch ein Interesse daran, dass euer Verhältnis möglichst dramafrei, möglichst normal, möglichst vernünftig aussieht zwischen euch, damit eure Kinder vernünftige Eltern haben, die zumindest noch irgendwie reif und erwachsen miteinander umgehen können. Wenn ihr aber nichts dergleichen habt und viele, viele Trennungen sind einfach so, dass man sich die Zahnbürste einpackt und, weiß was ich, den letzten Scheiß, den man noch bei ihr in der Bude liegen hat und geht und dann war es das und eigentlich verbindet einen nichts mehr, dann gibt es keinerlei Grund, ihr zum Geburtstag zu gratulieren und keinerlei Grund, an diesen ganzen anderen Feiertagen zu gratulieren und schon gar nicht initiativ. Jetzt ist bald Heiligabend, aber das könnt ihr von mir aus auf diese anderen besonderen Tage anwenden. Ich weiß nicht, was ihr seid. Vielleicht seid ihr Hindus und dann habt ihr irgendwelche anderen komischen Tage. Weiß, weiß ich. Ich kenne sie ja nicht alle. Aber ich möchte euch dazu ermutigen, eben das nicht zu tun. Die haben euch verlassen und ihr gebt ihnen die Trennung, die sie haben wollten. Sie wollten diese Trennung haben und sie bekommen sie jetzt von euch. Das ist ein respektvoller Akt von euch aus. Es ist nicht unverschämt, wenn ihr denen nicht gratuliert. Das ist es nicht, sondern die haben euch kommuniziert. Pass auf, es ist vorbei. Unsere gemeinsame Beziehung endet hier. Wir gehen jetzt unserer Wege. Und dann kommen sie vielleicht auch mit irgendeinem Schwachsinn wie, ja, wir können ja Freunde sein. Sowas solltet ihr immer ablehnen. Immer. Weil in der Friendzone ersauft ihr, geht ihr unter. Dann schaut ihr euch an, wie eure Ex irgendwelche Bumsfreder aus dem Poolbillardladen um die Ecke datet. Und ihr dreht durch und ihr tut so, als wärt ihr der beste Freund von ihr. Das ist Nice-Guy-Material. Ihr werdet dann zum furchtbaren Nice-Guy-Aberbeiträge zu dem Thema gemacht. Schaut euch da um auf meinem Kanal. Das ist eine totale Katastrophe. Die Freundschaft wird nicht akzeptiert. Und ja, und da die Freundschaft nicht akzeptiert wird und auch sonst keine Ebene mehr akzeptiert wird, gehen wir und geben ihnen die Trennung. Das Geschenk der Trennung. Sie wollten die Trennung und dann sagen wir, okay, wir akzeptieren es. Da hast du sie. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, dass die euch vermissen ist, wenn ihr nicht da seid. Aber wenn ihr permanent anklopft und wieder sagt, Hallo, ich erinnere mich daran, dass es dich gibt. Ich nehme Kontakt mit dir auf. Du bist eine so wichtige Person in meinem Leben, dass ich dir jetzt zu Weihnachten einen schönen Festtag wünsche. Dabei wünscht ihr euch den, wünscht ihr den doch gar nicht. Ihr denkt nicht, oh, hoffentlich hat sie ein schönes Weihnachten. Am besten mit ihrem neuen Typen unter dem Weihnachtsbaum. Und er schenkt dir dann einen Vibrator. Und ist es nicht schön, was für ein schönes Schleifchen drumherum ist. So eine Scheiße wünscht ihr ihr doch nicht. Ihr wünscht ihr, dass sie euch vermisst. Dass sie einen Scheiß-Weihnachten hat. Dass sie unter dem Scheiß-Weihnachtsbaum sitzt und denkt, Meine Fresse, was habe ich getan? Ich vermisse diesen Kerl. Das wünscht ihr euch doch. Deswegen fangt doch nicht an zu lügen. Und geht einfach. Dreht euch um. Schaut in die Zukunft. Blickt nicht zurück. Geht nicht auf den Ex-Partner zu. Der hat sich von euch getrennt. Und das bedeutet, dass ihr einen bestimmten Wert habt. Und wenn ihr so aus dem Leben eines anderen Menschen hinausgeworfen werdet, dann versteht ihr die Botschaft. Und dann geht ihr, weil ihr nicht euren Wert zum Fenster rausscheißt und einem Menschen hinterherläuft, der euch mit Absicht verloren hat. Das sind Menschen, die haben euch mit Absicht verloren. Dann rennt nicht durch die Gegend und sucht sie. So, jetzt kann es aber sein, dass diese Leute euch an Heiligabend oder sonst was gratulieren und Kontakt mit euch aufnehmen. Und ich wiederhole es häufig, ich bin kein Freund von Ex-Partner ignorieren. Außer, das sind totale Arschlöcher und Wichsgesichter gewesen. Dann haben sie das verdient. Dann sollten sie aus eurem Leben geschissen werden. Aber das müsst ihr selbst entscheiden. So wie ihr auch diejenigen seid, die selbst entscheiden, möchte ich meinen Ex zurück? Möchte ich meinen Ex zurück? Ich empfehle es nicht. Ist es immer scheiße? Nein, es ist nicht immer scheiße. Ich habe hier schon Leute gecoacht, die sind zurück in eine Beziehung gegangen und soweit ich weiß, läuft das gut. Aber das ist ein Riesenkraftakt und häufig lohnt sich die Energie und dieser Kampf einfach nicht. Da ist so viel schon passiert, da wurde schon so viel schmutzige Wäsche gewaschen und wenn der Müll erstmal unten ist in der Mülltonne, dann geht man am besten nicht nach unten und kramt die Scheiße wieder aus der stinkenden Biotonne aus. Einfach nur, weil man glaubt, nichts Besseres im Leben haben zu können. Das ist meine Empfehlung. Aber wenn ihr glaubt, jede Trennung ist individuell, jede Trennung ist einzigartig. Zwar gibt es gleiche Mechanismen, aber ihr seid auch erwachsene Leute. Ihr braucht nicht von mir die Erlaubnis, eure Ex zu daten oder der Ex zu schreiben oder 5000 Euro teure Rosen ihr zu schicken. Dafür braucht ihr nicht meine Erlaubnis. Halte ich das für blöde Scheiße? Ja. Und das sage ich euch, aber ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt. Deswegen kommt nicht zu mir und sagt so, aber du hast gesagt, ich darf das nicht. Du darfst, was du willst. Du musst einfach die Verantwortung für deine Handlung akzeptieren. Und ich sage dir, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und was nicht funktioniert, ist so ein Blödsinn zu treiben. Und was funktioniert es, wenn ihr diesen Menschen die Trennung gebt, die die haben wollten? Aber wieso wollt ihr euch eigentlich an diesen Tagen bei diesen Menschen melden? Warum ist dieser Sog so stark? Warum ist dieser Drang so stark? Und ich kann euch versprechen, bei ganz vielen von euch, haben wir es schon soweit? Naja, wenn ich das hochgeladen habe, dann ist es morgen. Also, wenn ich es hochgeladen habe, morgen ist Heiligabend. Und ganz viele von euch werden diesen Drang verspüren. Ich schreibe ihr. Ich schreibe ihm. Weiß was weiß ich. Und woher kommt dieser Drang? Natürlich, ihr vermisst diesen Menschen und da kommt der Drang her. Aber was ihr eigentlich wollt, ist, dass dieser Mensch es ähnlich intensiv empfindet wie ihr. Für euch ist es sehr intensiv. Ihr könnt euch nicht vorstellen, Heiligabend, ohne sie zu verbringen, ohne ihn zu verbringen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und es ist ein Schmerz, es ist ein großes Vermissen. Aber dieses große Vermissen gibt es vielleicht auf der anderen Seite nicht. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es das nicht gibt, weil dieser Mensch hat euch verlassen. Niemand, der authentisch und echt jemanden begehrt und liebt, trennt sich von diesem Menschen. Das passiert nicht. Natürlich kann man sich von Menschen trennen, die man stark liebt, einfach weil das totale Arschlöcher sind und die einen permanent enttäuschen. In Ordnung, sowas kann passieren. Aber dann sind schon wahnsinnig viele Schritte vorher vonstatten gegangen und man hat sich zu diesem Schritt entschlossen. Und ein Schritt zurück ist nicht so einfach und ist auch nicht gewollt. Denn diese Leute wollen erstmal diese Erleichterung auch genießen. Endlich habe ich diesen Scheiß hinter mir. Ich habe diese Trennung durchgeboxt. Es ist jetzt endlich geschafft. Die letzte Zahnbürste ist ausgetauscht worden und boah. Och, und jetzt kommt Heiligabend. Wahrscheinlich vermissen die euch nicht so sehr wie ihr sie. Aber ihr projiziert diesen Wunsch auf diesen anderen Menschen. Und ihr versucht diesen Menschen das zu geben, was ihr am liebsten von denen haben wollt. Ihr würdet euch so freuen, wenn die sich bei euch melden. Und aus Angst, dass das nicht passiert, versucht ihr durch den Kontakt, den ihr initiativ mit denen aufnehmt, etwas zurückzubekommen. Man kennt das auch in Beziehungen, wenn man sich ein bisschen unsicher über den Beziehungsstatus ist. Ihr seid in einer Liebesbeziehung und dann, ach komisch, die verhält sich so seltsam. Ist immer so lange weg. Dann hat sie keine Zeit und dann hat sie ständig Migräne und irgendwie nie Lust und ist irgendwie nie da. Und irgendwie merkt ihr, die Beziehung geht irgendwie den Bach runter. Und dann gibt es so diese Testfragen. Zum Beispiel, hallo du, ich liebe dich. Und ja, es ist erstmal eine Aussage. Aber eigentlich ist es eine Frage. Denn was ihr erwartet innerhalb einer Beziehung, ist, dass das zurückkommt. Und es ist die totale Katastrophe, wenn das nicht zurückkommt. Und wie viele haben das schon erlebt, dass sie damit abgeklopft haben, den aktuellen Status. Ich liebe dich zu sagen. Und dann, ja, eben das nicht zurückzuhören. Oder auf eine Art und Weise zurückzuhören, die eher nach so etwas klingt wie, naja, ich sag's jetzt lieber, dass ich den Idioten auch liebe. Dann hab ich jetzt erstmal meine Ruhe. Okay, das ist möglich. Und genauso ist es an diesen Feiertagen. Ihr schreibt denen vielleicht und die werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit euch zurückschreiben. Weil es ein sozialer Druck ist. Es ist ein sozialer Druck. Wenn Leute uns frohe Festtage wünschen, dann bedanken wir uns. Und wir schreiben es zurück. So wurden wir erzogen. Und da muss schon wirklich relativ viel Scheiße passiert sein, dass wir nicht zurückgratulieren oder uns für diesen Wunsch, für diesen Gruß bedanken. Oder wir sind so eiskalt und denken so, die kriegen jetzt von mir, nein, ich hab mich getrennt und ich schreib jetzt nichts drauf, weil dieser Mensch ist so nidi gewesen. Der ging mir so auf den Sack, ich schaff's noch nicht mal mehr. Darauf zu antworten und dem auch ein frohes Fest zu wünschen. Oder einen schönen Geburtstag. Oder, 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 oder. Das schaffe ich nicht. Das will ich nicht. Weil sonst kriegt er wieder Hoffnung. Deswegen jede Trennung ist individuell. Wenn ihr nidi wart wie Scheißdreck, dann ist es möglich, dass diese Menschen einfach extrem genervt sind. Und vielleicht sogar Angst vor euch haben. Und deswegen wird vielleicht blockiert. Oder sie antworten auf diese Scheiß nicht. Aber üblicherweise, wenn es eine normale Trennung war, mit normal schlimmem Drama, aber nicht diesen wirklich extrem dummen, blöben Scheiß, stalken etc. und ohne Ende Vorwürfe. Wenn sowas nicht passiert ist, dann ist es gut möglich, dass die euch zurückschreiben an Heiligabend. Aber was habt ihr dadurch gewonnen? Ihr habt erstmal nicht viel gewonnen, weil ihr habt diesen Kontakt initiiert. Und das ist schon schwierig. Das ist schon schwierig. Weil ihr euch nicht sicher sein könnt, haben die wirklich Lust mit mir jetzt in Dialog zu treten? Oder machen sie es einfach nur aus gutem Anstand? Und deswegen empfehle ich euch, macht es nicht. Schreibt nicht von euch aus. Wenn ihr an Heiligabend morgen nichts von denen hört, dann schreibt denen auch nicht. Wenn die euch schreiben, okay, lasst euch ein bisschen Zeit, vielleicht ein Stündchen oder so. Und dann spiegelt es zurück. Wenn sowas kommt wie, Hallo du, ich wünsche dir ein frohes Fest mit deinem Lieben oder irgendeinem Scheiß. Dann könnt ihr es zurückgeben. Dann, Dankeschön, auch ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest. So, Bums. Fertig. Nicht mehr schreiben, muss nicht großartig weniger sein. Ungefähr das, ungefähr das spiegeln, ungefähr das zurückgeben. Nicht Copy-Paste, sieht bähmert aus. Manche Leute nehme ich hier manchmal wörtlich. Mit spiegeln meine ich, die die Intensität und die Menge des Geschriebenen zurückgeben. Also wenn die schreiben, ich wünsche dir ein frohes Fest, dann nicht einen zweiseitigen Brief hinzuschicken. Okay, das wäre nicht spiegeln. Spiegeln wäre, dasselbe, dieselbe Botschaft umgedreht wieder zurückgeben. Dieselbe Energie wieder zurückzugeben. Aber nicht mehr. Ja, das ist meine Empfehlung. Und wenn die dann zurückschreiben, ja und wie geht es dir so, dann ist es interessant. Weil dann wollen die ja einen Dialog aufbauen. Und vielleicht freuen die sich, dass ihr darauf geantwortet habt. Das ist möglich. Aber auch da wieder die große Gefahr, dass ihr das Interesselevel dieser Menschen überbewertet. Nur weil die euch schreiben. Nur weil die euch schreiben, heißt es nicht. Vielleicht sind sie auch einfach nur interessiert daran, wie es euch geht. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie euch wahnsinnig vermissen. Denn das Verhalten ist die Botschaft. Wenn die euch wahnsinnig vermissen würden, könntet ihr meine Beiträge nicht anhören. Oder es gibt keinen Grund, diese Beiträge anzuhören. Weil die würden schon deutlich machen, dass sie wieder was von euch wollen, dass sie große Scheiße, großen Fehler gebaut haben. Aber was wir möchten, ist natürlich diese Leute, wenn wir mit Ex zurückkommen wollen, wir wollen die nicht ignorieren. Wenn die sich bei uns melden und ihr folgt irgendwelchen anderen Idioten hier auf YouTube, die sagen, 30 Tage lang hören die gar nichts von euch. Wenn die euch schreiben, ignoriert die. Das ist manipulative Brain Fuck Scheiße. Das sind Psychospiele. Das ist dummer Kack. Habt ihr so wenig Achtung eurem Ex-Partner gegenüber, den ihr angeblich liebt? Ich bekomme hier Mails und da merke ich, dass die Leute meine Scheiße von A bis Z überhaupt nicht kennen. Und ich frage mich dann, wieso gehen die mir auf den Sack in die E-Mail-Eingänge? Ich kriege so viele E-Mails und dann lese ich so einen Müll. Ich kann verstehen, dass die verzweifelt sind und dass die schlechte Informationen von schlechten Menschen bekommen haben, die sagen, ja, du ignorierst denjenigen und dann manipulierst sie mit irgendeiner Social-Media-Initiative und aufregenden Urlaubsfotos obwohl ihr nie im Urlaub wart. Irgend so eine Scheiße. Es gibt die dollsten Sachen, die man im Internet lesen kann und das ist wirklich irre. Euer Ex-Partner ist kein psychologisches Experiment. Euer Ex-Partner ist ein Mensch und es gab Gründe, die zu der Trennung geführt haben und wenn ihr diesen Menschen authentisch wieder in eurem Leben zurückbegrüßen wollt, dann muss es authentisch den ihr Wunsch gewesen sein, zu euch zurückzukommen. Und was ich hier lehre, was ich euch beibringe, ist eure Chancen nicht unnötig schlecht zu machen durch beschissenes, dummes Verhalten. Könnt ihr euch die Playlist-Trennungsfehler ansehen, da werden so ein paar Klassiker aufgezählt vom großen Schwachsinn, der gerne gebracht wird. Ich möchte euch helfen, dass eure Chancen nicht noch schlechter aussehen, als sie eh schon aussehen und noch nicht mal so sehr, deswegen, damit ihr diesen Menschen zurückbekommt, weil das geht manchmal in die zweite Runde, aber dann kommt eh es wieder zu einer Trennung. Das ist häufig so. So leid es mir tut, aber häufig, wenn Leute wieder zusammenkommen, es kommt wieder zur Trennung, weil die alten Muster, die sind noch da. Und sehr selten ist es so, dass beide an sich gearbeitet haben und wirklich sagen, verdammt nochmal, ich will diesen Menschen und ich reiße mich jetzt zusammen und ich arbeite auch an mir und ich gebe nicht nur Schuld dem anderen, sondern ich erkenne meine eigene Verantwortung. Das ist so schwierig und so wenige tun das. Und selbst dann ist es natürlich, wir können Gefühle auch nicht steuern. Ich habe schon Leute gehabt, die wollten zurück, die kamen zurück und die wollten, dass sie ihren Ex-Partner noch lieben, aber es hat nicht geklappt. Es war irgendwie weg. Das ist das Beste, was mir passieren kann und ich will doch und es geht nicht. Sie sind zurückgekommen und merken, es geht nicht und dann gehen sie wieder. Der Wille war da, der Wille war wirklich da, aber der Funke, das Spark war weg. Das Mysterium, das Geheimnisvolle, diese große Verheißung, das große Versprechen von gemeinsamen Zukunftsglück, das war da nicht da, weil es so ein bisschen war wie was Aufgewärmtes und viel Arbeit und viele Probleme bedeutet hat und naja, Gefühle können wir uns heutzutage noch nicht mit irgendwelchen Pillchen in uns reinbomben. Wenn das irgendwann möglich ist, wird die Pharmaindustrie komplett die Weltherrschaft übernehmen. Dann gibt es gleich auch Pillen gegen Liebeskummer und irgendwelche anderen Geschichten, mit denen wir solche Probleme behandeln können, aber solange es das nicht gibt, müssen wir damit leben, dass wir unsere Gefühle eben nicht beeinflussen können. Aber jetzt habe ich mal wieder zu weit ausgeholt. Jedenfalls, ich möchte euch dabei unterstützen, dass ihr eure Chancen nicht noch schlechter macht, als sie sowieso schon sind. Aber was ich hier nicht sagen werde, niemals unterstützen werde, nicht gut heiße, was ich für wirklich für eine schlimme, schlimme Sache halte, ist es zu manipulieren. Ich möchte, dass ihr authentisch, dass ihr Integer seid, dass ihr an euch selbst arbeitet, dass ihr zum Besten selbst werdet, dass ihr sein könnt und dass das dann ausreicht, dass dieser Mensch wieder ein Interesse an euch findet, Kontakt mit euch aufnimmt, dass ihr dann diesen Kontakt auch zulasst, aber auch erst mal kritisch begleitet, ist dieses Interesse eigentlich wirklich authentisch, will dieser Mensch wirklich zurück oder ist ihm einfach nur langweilig oder will er mich nur sexuell benutzen oder das müsst ihr in diesen Situationen nachspüren und da solltet ihr vorsichtig sein. Okay, schon wieder zu weit ausgeholt. Gut, es geht um Heiligabend. Ihr projiziert eure eigenen Wünsche auf den Ex-Partner und ihr glaubt, dass der sich wahnsinnig darüber freuen würde, wenn ihr dem schreibt oder ihr schreibt und frohes Fest wünscht, weil das für euch ja so ist und das ist, das merkt ihr vielleicht häufig, ich hoffe, dass ihr es merkt, es ist ganz wichtig, dass ihr sowas immer realisiert, dieser Mensch vermisst euch vielleicht, aber auf keinen Fall so sehr wie ihr, ihn oder sie. Das ist nicht so und deswegen, euer Interesse ist viel größer als das des Ex-Partners. Das Problem ist, dass die Menschen in Beziehung Macht haben, die eher ohne den anderen leben können und deswegen hat derjenige, der sich trennt, Macht ist stärker, ist selbstsicherer, ist ruhiger als derjenige, der getrennt wurde, weil derjenige, der getrennt wurde, wurde überrascht und wurde verletzt und dem wurde etwas genommen ohne sein Einverständnis, ohne ihr Einverständnis, ohne Absprache, einseitig wurde ein Deal aufgekündigt, einseitig wurde etwas geraubt, man fühlt sich beraubt und bestohlen und man vermisst etwas und es scheint, als wäre etwas gestorben und man konnte nichts daran ändern. Aber dieser andere Mensch hat eher diese Macht, weil monatelang hat sich die Frau vielleicht auf die Trennung vorbereitet und spricht sie jetzt einfach aus und ihr denkt, oh Gott, als würde das jetzt in diesem Moment passieren und ich im Coaching dann, wann habt ihr euch denn getrennt? Ja, vor drei Wochen, das heißt, das ist interessant, du wurdest vor drei Wochen getrennt, aber die Trennung an sich in deiner Ex, die lief schon Monate vorher, die ist schon seit Monaten getrennt und das habe ich in diesen Beiträgen über Monkey Branch und so weiter, Hypergummi, schon mal erklärt, wie so Späße ablaufen. Aber deswegen, ihr projiziert immer euer eigenes Interesse, euer eigenes Vermissen, eure eigene Liebe, eure eigene Dramatik auf das Gegenüber und das ist in einer völlig anderen Realität. Habe ich in einem früheren Beitrag von einem Jahr schon mal gesagt, eure Ex lebt in einer anderen Welt, nämlich in einer Welt, in der sie ohne euch leben kann, während ihr das nicht könnt. Das ist eine völlig andere Realität, das ist wie ein Paralleluniversum und was dumme Arschlöcher euch erzählen ist, zieht sie in euer Paralleluniversum, zieht sie zu euch rein, benutzt eure Neediness, eure Lust, eure Verzweiflung, eure Trauer, euren Schmerz und manipuliert sie. Gott, ich komme gerade aus Star Wars, so ungefähr gefühlt. Das ist wie die dunkle Seite der Macht. Ich predige nicht die dunkle Seite der Macht. Ich predige hier nicht Manipulationen, sondern einen Kanal offen zu halten, es zu akzeptieren, wenn die sich bei euch melden, höflich und freundlich darauf zu antworten. Ich wünsche dir auch ein frohes Fest und wenn ein Dialog sich daraus ergibt, dann könnt ihr den annehmen und dann gestaltet den auch mit und seid vorsichtig. Seid vorsichtig. Ich gehe jetzt nicht genau darauf ein, wie solche Dialoge zu laufen haben. Habe ich schon mal gemacht. Aber jetzt erst mal, bitte meldet euch nicht an Heiligabend bei einem Menschen, der euch mit Absicht verloren hat. Sucht diese Menschen nicht mit Absicht. Ich habe in den Kommentaren gelesen, einer, der hat geschrieben, er kann natürlich machen, was er will, aber er hätte irgendwie eine Postkarte oder eine Weihnachtsgrußkarte an die Ex-Partnerin geschrieben und darunter kam, wie so häufig, ich erlebe das auch in den Coachings häufig, sofort die Entschuldigung, so bin ich halt. Es ist in Ordnung. Wenn du so bist, dann mach das. Aber das ist nichts anderes, als dass du deine Entschuldigung, deine One-Eyedis, deine Illusion der Aktion rechtfertigst mit deiner eigenen Neediness. Das ist wie eine Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Ja, vielleicht wirst du auch eine Karte zurückbekommen oder vielleicht auch ein Dankeswort. Aber das Einzige, was du damit kommuniziert hast, ist, dass du tatsächlich nicht mal nur gratuliert hast an diesem einen Tag per digitalem Medium, sondern tatsächlich eine Karte gemalt, gebastelt, gekauft, scheiß drauf, hingeschickt hast. Und das ist heutzutage von heutiger Perspektive, in der heutigen digitalen Welt ist es nochmal ein extra Aufwand. Und du sagst, ja, das bin ich halt. In Ordnung. Aber du betrügst dich hier und es ist nicht zu deinem Wohl. Das ist nicht gut. Diese Menschen können euch nicht vermissen, wenn ihr permanent anklopft und wenn ihr durch eure Energien, die ihr aufwendet, um denen Liebesbeweise zu schicken und Aufmerksamkeiten zu schicken, denen beweist, aha, guck mal, was der alles macht, wie viel Energie der aufwendet, was für eine starke Botschaft der mir schickt. Ich wäre im Traum nicht darauf gekommen, dasselbe für ihn zu tun. Also, ergo, was ist es? Er vermisst mich mehr als ich ihn. Das bedeutet, uh, okay? Aber so passiert das nicht. Die müssen lernen, euch zu vermissen und es geht nur, wenn ihr nicht permanent euch in deren Leben reinscheißt mit Postkarten, Nachrichten, Blumensträußen und so eine Rotze. Okay? Respektiert ihr den Wunsch eurer Ex? Und das ist immer besser. Respektiert den Wunsch, den Wunsch nach Trennung, den Wunsch nach Beziehungsbeendigung. Und selbst auch, wenn die häufig diesen netten Satz bringen, wir können ja Freunde sein, bezweifle ich es, dass sie es eigentlich so meinen. Die wenigsten, die sich von jemandem trennen wollen, ach, eigentlich wäre ich gern mit dem noch befreundet. Das können die behaupten. Aber selbst, wenn sie es in dem Moment sogar glauben, und die allerwenigsten glauben, dass wirklich, wenn sie wirklich mal ernsthaft mit sich ins Gericht gehen würden, aber selbst, wenn sie es tun, dann, weil sie dämlich sind. Weil das niemals funktionieren kann und jeder, der sich schon mal von einem Menschen getrennt hat, weiß, dass das nicht das ist, was man möchte. Man will nicht befreundet sein. Man will den höchstens als entfernt guten Bekannten auf Facebook und ab und zu mal sich die Titelbilder angucken, um zu schauen, wo war dieser Schwachkopf jetzt wieder im Urlaub? Hat er eine neue, hat er keine neue? Solche semi-interessanten Dinge. Aber nicht wirklich befreundet. Und täglich WhatsApp-Nachrichten schicken. Das wollen die nicht. Und deswegen verdrehen die euch den Kopf und nach einer Trennung kommt häufig wahnsinnig viel Blabla. Wenn euch eine Freundschaft angeboten wird, lehnt diese Freundschaft ab, weil das ist nur, das klingt halt nice. Das klingt halt nett, wenn die sagen, ah, lass uns Freunde sein, weil so kommen sie besser aus der Beziehung raus, weil sie euch ja irgendwie noch was anbieten, nämlich ein Brotkrümel. Aber am Ende des Tages werdet ihr noch nicht mal den Brotkrümel haben. Am Ende des Tages bekommt ihr dieses Ding auf die Hand und es ist nichts wert. Und es schmeckt nicht nach Brot. Es ist noch nicht mal ein Krümel. Es war nur eine Vata Morgana. Ihr habt diese Freundschaft nicht. Und ihr sagt so, aber du hast mir doch die Freundschaft angeboten. Und die sind genervt. Und denken so, hast du wirklich geglaubt, dass wir Freunde sein können? Stellt euch vor, ihr seid bei jemandem zu Gast. Ja, ihr habt einen schönen, gemeinsamen Abend verbracht. Und irgendwann mal sagen die so, ja, ich bin müde, morgen muss ich früh raus. Und wenn ihr jetzt nicht kapieren würdet, oh, okay, ich sollte jetzt vielleicht langsam mal gehen. Und wenn ihr dann nicht aufbrecht, sondern noch da bleibt und sagt, mir geht es aber noch gut und ich bleibe hier einfach noch ein bisschen so und komm, ich nehme mir noch mal ein Bier und lalala, dann macht ihr genau das, was Leute machen, nach einer ausgesprochenen Trennung und sich bei dem Ex-Partner immer wieder zu melden. Ihr seid nicht mehr in deren Leben eingeladen. Es wurde euch versucht mit eventuell sehr, sehr freundlichen Worten, wie wir können ja Freunde sein, es hat einfach nicht mehr funktioniert. Nein, natürlich können wir noch Kontakt halten. Es ist dieser Scheiß. Es ist genau dasselbe, bla bla bla, was man hört, wenn man bei Leuten abends zu Gast ist und die wollen aber jetzt eigentlich den Abend beenden und eigentlich euch durch die Blume klar machen, jetzt heb deinen faulen Arsch und geh nach Hause, weil der Abend ist jetzt vorbei. Die wenigsten sagen so, pass auf, geh jetzt nach Hause, du nervst dich viel ins Bett. Und die wenigsten trennen sich so von jemandem und sagen, pass auf, du nervst, die Beziehung ist scheiße, es ist Schluss, es ist aus. Und tatsächlich, manchmal ist es das Beste, was ihr bekommen könnt zu einer Trennung. Viele beklagen sich, meine Ex ist so kalt und ich sage, sei doch froh, dass sie kalt ist, weil die kommuniziert wenigstens klar und eindeutig, die Worte entsprechen dem Verhalten, ja, das Verhalten und die Worte sind konkurrent, das Verhalten ist die Botschaft, ja, dieser Mensch will nichts mehr von mir und egal wie weh das tut, ist das wenigstens, eine klare Aussage auf beiden Kanälen, auf der verbalen Ebene als auch auf der Verhaltensebene. Aber schwierig wird es, wenn die Leute sagen, nee, du bist mir noch wichtig und lass uns Freunde sein und so, aber sich dann nie bei euch melden und einen Scheiß für euch interessieren und dann seid ihr, weil ihr dämlich seid, völlig verwirrt. Und dann sage ich auch, das Verhalten ist die Botschaft. Was die sagen, ist scheißdreck, es interessiert nicht, schau dir an, was sie wirklich tun am Ende des Tages. Und am Ende des Tages nach einer Trennung wollen die, wie wenn ihr zu Gast irgendwo seid, dass ihr nach Hause geht und sie endlich jetzt in Ruhe lasst. Und indem ihr das kapiert und indem ihr diesen Wunsch erkennt und respektiert, drückt ihr auch eine soziale Fähigkeit aus, eine soziale Intelligenz aus. Und es gibt nichts Schlimmeres, als nach einer Trennung zu merken, dass derjenige, von dem man sich getrennt hat, sich aufführt wie ein Vollidiot, weil die simpelsten Botschaften nicht kapiert und einfach nicht gesunde Emotionen besitzt und durchdreht und da bleiben will und immer schreibt und Postkarten verschickt und jetzt habe ich eine Postkarte zu Weihnachten bekommen, jetzt muss ich dem antworten. Das ist einfach alles zu viel. Lasst es die doch machen. Gebt denen doch das Geschenk, euch vermissen zu können. Vielleicht wollen die ja sogar euch vermissen. Vielleicht wollen die sogar dahin kommen, aber sie können es nicht. Wenn ihr ständig bei ihnen anklopft und Hallo sagt. Das funktioniert nicht. Manche haben auch dann Angst. Oh Gott, wenn ich mich nicht melde, dann sind die vielleicht, dann fühlen die sich vielleicht schlecht. Oder das wäre doch so, das wäre doch nicht anständig. Wir waren doch mal zusammen. Ich sollte mich bei denen doch melden. Und das sind alles nur Entschuldigungen und Ausreden. Und wenn ich das in den Kommentaren lese, durchschaue ich das. Ich durchschaue das. Und ich diskutiere dann auch nicht. Ich merke doch, was ihr vorhabt. Das ist dieselbe Geschichte wie mit dieser Karte. So bin ich halt. Das ist dieselbe Ebene. Aber so wurde ich erzogen. Und wir sind noch nicht kindig. Und deswegen, ich kann mich bei der doch melden. Ja, klar kannst du das machen. Wie gesagt, du brauchst nicht die Erlaubnis dafür. Aber es ist halt nicht günstig. Dieser Mensch will Ruhe vor euch haben. Dieser Mensch hat durch die Trennung ausgedrückt, dass die euch sehr, 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 sehr wenig brauchen in deren Leben. Und wenn ihr solche Aktionen treibt, ist es wie ein Einbruch in deren Leben. Und ich finde das aggressiv und ich finde das übergriffig. Tatsächlich finde ich das übergriffig, wenn sich jemand von euch trennt. Wenn ihr etwas anderes macht als die Kontaktsperre, finde ich das übergriffig. Weil ihr euch in das Leben eines anderen Menschen hineinpresst, der euch nicht mehr in seinem Leben haben wollte. Und ich finde das unattraktiv. Ich finde das unsympathisch. Und noch schlimmer finde ich es, wenn ihr es begründet und argumentiert mit, ja, so bin ich halt. Oder, ja, aber das ist doch nur der Anstand und ich bin gut erzogen worden und so. Das ist alles Illusion der Aktion. Okay, ihr werdet sagen, nein, das ist nicht. Ja, könnt ihr machen. Ist mir scheißegal. Könnt ihr machen. Wie gesagt, ihr könnt auch glauben, was ihr wollt. Ihr braucht mir nicht zuhören, aber ich sage das nur, um euch zu helfen, damit ihr aufwacht. Und es tut denen wirklich nicht so weh. Manchmal noch ein Drama draus. Ich habe mich an Weihnachten nicht bei ihr gemeldet. Ja, mein Gott. Ja, da ist noch keiner dran gestorben. Da wird es immer noch genauso gut gehen. Vielleicht, was gut ist an diesem Tag. Wenn ihr wollt, dass eine Kontaktsperre wirkt, dann wirkt sie allerdings an solchen Tagen halt auch besonders gut. Und dann frage ich mich, wieso ihr gerade an solchen Tagen, die eine große Gelegenheit sind, um die Kontaktsperre stark wirken zu lassen, diese Optionen einfach eliminiert, indem ihr euch meldet. Eure Abwesenheit wird an solchen Tagen viel intensiver gemerkt, als an irgendeinem random Mittwoch im Oktober oder Juni. An Heiligabend, wenn ihr euch nicht meldet, das wird gemerkt. Das wird gemerkt. Wenn an einem Geburtstag ihr nicht gratuliert, das wird gemerkt. Das ist eine starke Botschaft. Ihr respektiert deren Wünsche der Trennung. Das ist eine starke Botschaft. Ihr seid nicht so niedi, dass ihr euch melden müsst. Das ist eine starke Botschaft. Und dann entstehen Fragezeichen auf der Seite eurer Ex. Und das ist spannend. Das ist interessant. Das ist das, was wir haben wollen. Wir wollen doch, dass die verunsichert sind. Warum meldet er sich nicht? Das wollen wir doch haben. Und wenn ihr sagt, ja, aber ich will mich doch melden, weil ich bin so anständig. Und dann wollt ihr ihr wieder helfen. Ihr wollt, dass die nicht verunsichert ist, weil ihr glaubt, das wäre unanständig. Aber ihr müsst den Ex-Partner auch frustrieren. Und einfach in dem Sinne meldet euch nicht. Und wenn das diesen Ex-Partner frustriert, ist es gut. Weil das bedeutet, das war zu viel Abstand. So viel Abstand wollten sie von euch nicht. Jetzt merken sie, ich höre nichts zu Heiligabend von dem. Scheiße. Das fühlt sich nicht gut für mich an. Und genau das ist es doch, was wir haben wollen. Und dann könnt ihr natürlich so viel basteln und schreiben, wie ihr wollt. Aber dann wird das nicht passieren. Dieser Zweifel, dieser Gedanke wird nicht entstehen bei eurer Ex, bei eurem Ex, weil ihr euch wieder in deren Leben reindrückt. Das ist natürlich auch eine Angst, dass sie sich darüber beklagen, dass ihr euch nicht gemeldet habt. Dass das passiert. Das ist eine häufige Frage, die mich erreicht, ist ja, was mache ich denn, wenn die sich darüber beschwert, dass ich nicht gratuliert habe oder mich gemeldet habe. Wie soll ich denn darauf reagieren? Und das ist eine berechtigte Frage. Natürlich ist es eine berechtigte Frage, dass sowas aufkommt. Einerseits finde ich die Frage schon unverschämt. Dieser Person, die euch verlassen hat, dann wirklich diese Anmaßung zu besitzen, sich bei euch zu beschweren, dass ihr ihr nicht zu irgendeinem Scheißtag gratuliert habt. Das finde ich unfassbar anmaßend. Und ja, was erwarten die dann? In welchem Kosmos, in welchem Universum leben die denn? Ja. Aber es kommt natürlich darauf an, wenn die sehr unverschämt sind, was fällt dir eigentlich ein, das ist nicht ein Geburtstag, lalala. Wenn irgend so etwas kommt, das würde ich komplett ignorieren. Immer wenn irgendwie eine negative Scheiße kommt, die euch beleidigt, angreift, müsst ihr nicht darauf antworten, würde ich ignorieren. Ihr müsst denen auch klar machen, auf sowas reagiere ich nicht. Wenn es aber eine Frage ist, die ein bisschen positiver gestaltet ist, so, ich hätte mich gefreut, von dir zu hören. Und gestern war Heiligabend und das wollte ich dir doch mal schreiben und so. Ich habe mich nicht getraut, dir zu schreiben, aber ich hätte mich sehr gefreut, von dir zu hören. Also so etwas, was ein bisschen mehr diplomatisch ist und nicht unverschämt. Dann könntet ihr auch sowas antworten wie, ich bin davon ausgegangen, dass du deine Zeit an Heiligabend, an deinem Geburtstag, bla bla bla, an diesem Tag mit deiner Familie verbringst, mit deinen Freunden verbringst und so weiter. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es angemessen ist, jetzt dabei zu stören. Sowas kann man durchaus sagen und entgegnen. Und dann wird das auch verstanden, weil es stimmt ja auch zum Teil. Ich habe es euch auch schon mal gesagt, ihr wollt diesen Menschen aus tausend Gründen nicht schreiben und einer davon ist, ihr wisst nicht, in welche Situation ihr reinplatzt. Ich habe davon schon mal gehört, dann schreibt er ihr und sie liegt mit einem anderen Typ in der Falle und er schreibt ihr und sie weiß gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Und der Neue, mit dem sie in der Kurhe liegt, freut sich darüber, weil er merkt, boah, da ist dieser Typ nidi. Auch wenn er das Wort nicht benutzt, aber das ist das, was er merkt. Aber wie verzweifelt er ist. Er schreibt ihr jetzt schon, aber ich bin derjenige, der bei ihr liegt. Und was wir an diesem Beispiel merken, ist, dass wir hier auch in unterschiedlichen Realitäten sind. Sie ist getrennt, sie hat einen neuen Typen, liegt mit dem im Bett und auf der anderen Seite ist derjenige, der getrennt wurde und lebt in einer anderen Realität, indem er sein Vermissen auf sie projiziert hat und in seinem Kopf existierten nur die beiden immer noch in einer liebevollen Beziehung und er ist derjenige, der Ritter, der Recke, der Kämpfer, derjenige, der diese Distanz überschreitet mit einer hellenhaften Nachricht, die ihr schreibt und diese Nachricht ist noch nicht mal erwünscht. Das kann am Ende dann auch dabei herauskommen und das wünscht ihr euch nicht. Und auch aus diesem Grund ist die Kontaktsperre etwas sehr, 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 sehr Gutes für euch. Und ich wiederhole es nochmal, insbesondere an solchen Tagen wirkt die umso besser und wenn ihr eine längere Beziehung hattet, ja, ich rede hier nicht von ein, zwei, drei Monaten, das sind für mich, ich sage es nochmal, keine Beziehungen, weil man sich nicht ansatzweise gut kannte und dann könnt ihr mir noch so oft schreiben, wie leidenschaftlich das alles war. Ja, aber nach drei Monaten eine Trennung mit Ach und Krach, ihr habt euch nicht vernünftig kennenlernen können. Und aber wenn es mal eine längere Beziehung war, wo ihr vielleicht auch gemeinsame Weihnachtsfeste verbracht habt, dann an so einem Tag wie morgen denkt man zurück, ah, guck mal, aber letztes Jahr an Weihnachten war ich mit dem am Weihnachtsmarkt oder im Skiurlaub oder, oder, oder. Oder bei meinen Eltern. Und dann wird euer Fernbleiben noch stärker wirken und das Vermissen ist möglich. Aber nochmal, damit eure Ex euch vermissen kann, müsst ihr fernbleiben. Das geht nicht. Kein Mensch kann euch vermissen, wenn ihr diesen Menschen schreibt. Das ist absolut unmöglich. Das Vermissen löst sich dadurch auf. Und gebt eure Ex doch das Geschenk des Vermissens, insbesondere an solchen Tagen. Sie haben es gewollt, respektiert deren Wünsche. Und wenn die sich bei euch melden, höflich und freundlich könnt ihr deren Spruch spiegeln. Wenn sich ein Dialog ergibt, wunderbar. Aber wenn die sich nicht bei euch melden, und jetzt kommt's, wenn die sich nicht bei euch melden, an Heiligabend, an Weihnachten, an Silvester, an Neujahr, dann bedeutet es auch etwas. Wenn die tatsächlich es geschafft haben, sich von euch zu trennen und jetzt nicht mehr bei euch melden, dann ist es auch eine sehr starke Botschaft auch von deren Seite aus. Sie haben noch nicht mal diesen Tag genutzt, um Kontakt mit euch aufzunehmen, um zu schauen, wie es euch geht. Noch nicht mal an diesen Tagen, die für sie auch, als die Trennenden, eine super Entschuldigung gewesen wäre, sich bei euch zu melden und einfach mal wieder vielleicht auch noch ein bisschen gut Wetter zu machen. Noch nicht mal an diesen Tagen haben sie es geschafft. Und das lässt tief blicken. Und auch eher darauf schließen, dass die sich noch weiter von euch entfernt haben, als es überhaupt erst aussah. Das ist schon eine Distanz, die dadurch ausgedrückt wird. Aber wie dem auch sei, am Schluss möchte ich euch wieder zu euch selbst zurückführen. Denn selbst wenn dieser Mensch sich nie wieder bei euch meldet, das ist nicht das Ende aller Dinge, sondern das Ende eines Abschnitts in eurem Leben. Und wie ihr mit dieser Situation umgebt, ist eure Angelegenheit ganz allein. Wenn ihr euch zur Verzweiflung programmiert, weil dieser Mensch nicht mehr in eurem Leben ist, dann seid ihr auch dafür verantwortlich. Das tut mir wahnsinnig leid, aber ich muss es euch so deutlich sagen. Es ist eure Aufgabe, euch selbst glücklich zu machen. Und wenn ihr euer Wohlbefinden von der Aufmerksamkeit und der Zuneigung eines anderen Menschen an euch abhängig macht, dann begeht ihr einen großen Fehler. Selbstverständlich leidet ihr. Selbstverständlich ist diese Trennung schrecklich für euch und jeder hier, ich in Begriffen, wird das verstehen. Aber es bringt nichts, euer Leben an diesen Menschen zu binden und euch selbst dazu zu verfluchen, so lange unglücklich zu sein, bis dieser Mensch einen Hauch von Aufmerksamkeit euch schenkt. Das ist nicht in Ordnung. Habt verdammt noch mal etwas mehr Selbstachtung und dann erkennt, wenn dieser Mensch sich noch nicht mal an diesen Feiertagen bei mir meldet, ist es erst recht für mich, Motivation und Grund genug, weiterzugehen und weiterzuziehen und mich nicht mehr auf Hoffnung zu verlassen, dass ein Mensch, der mich absichtlich verloren hat, zu mir zurückgeht und zurückkommt, sondern mich eher auf meine eigenen Kräfte und meine eigene Stärke verlasse, weiterzukommen in meinem Leben und eine neue Perspektive zu finden, neue Motivation zu finden, ein neues Ziel in meinem Leben zu finden, was mit diesem Menschen, der mich verlassen hat, nichts mehr zu tun hat. Das ist viel gesünder. Okay, ich wünsche euch wirklich sehr schöne Feiertage, schöne Festtage, morgen schönen Heiligabend. Vor Silvester werde ich mich noch mal an euch wenden. Ich glaube, das kriege ich hin. Und bis bald. Glaubt an euch. Glaubt in den Prozess. Peace. ENDE 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 ENDE